Rauchsauger von JAMI Electronica Zu den Features gehört ein Motor der Klasse H. Dank des von JAMI entwickelten und patentierten Systems der intelligenten Leistungsregelung wird der Motor bei Überlastung und abnormaler Absorption sofort gestoppt, wodurch irreparable Schäden vermieden werden und startet automatisch wieder, sobald die normalen Bedingungen wiederhergestellt sind. Das Kühlgebläse des Motors, das von JAMI hergestellt wird und vollständig aus Metall besteht, ist einzigartig und ermöglicht die Kühlung auch bei sehr hohen Temperaturen. Der JAMI Motor erfordert keine Wartung, da er ohne Bürsten auskommt, die verschleißen könnten, sondern einen Asynchronmotor verwendet, der das Prinzip der rotierenden Magnetfelder ausnutzt und einen lebenslangen wartungsfreien Betrieb erlaubt. Die Wicklungen sind einzigartig für hohe Temperaturen ausgelegt, mit dem innovativen, markengeschützten JAMI System hochbeständig gegen hohe Temperaturen. Die Wicklungen verdanken dies der Keramikfaseremallierung, die es dem Motor ermöglicht, bei extrem hohen Temperaturen zu arbeiten und sich dank direkten Wärmeaustausch dabei sogar selbst zu kühlen. Mit diesem System benötigt der Motor von JAMI keine weiteren Schutzmaßnahmen, da der Schutz direkt auf die Wicklungen des Motors aufgebracht wird, ein einzigartiges System auf dem Markt. Die Lager des Motors sind mit den folgenden Systemen ausgestattet. Geräuscharme SKF-Lager von JAMI für sehr hohe Temperaturen konzipiert, sodass es dauerhaft und konstant leise bleibt. Ein weiterer Vorteil, den JAMI patentiert hat, ist das selbst schmierende Lagersystem, das als Hochtemperatur-Lagerschämierung definiert ist und in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Umwelttechnik und Physik der Universität Basel sowie einem renommierten Schmierfetthersteller entwickelt wurde. Der JAMI Motor ist mit einem Spezialfett versehen, das jegliche Wartungsmaßnahmen unnötig macht und einen lebenslangen, wartungsfreien Betrieb der beweglichen Teile garantiert. Ein weiteres sehr wichtiges Element ist das Niedrigenergieabsorptionssystem für 60-prozentige Energieabsorptionsminderung. Diese enorme Energieeinsparung wurde dank einer von JAMI durchgeführten, spezifischen Studie zur Entwicklung des einzigartigen Kurzschlussläufers ermöglicht. Um einen langen, störfreien Einsatz bei hohen Temperaturen zu gewährleisten, verfügt der Motor der Klasse H von JAMI über Kunststoffkomponenten wie Armaturen, Kondensatoren und Anschlüsse, die alle an der Aussenseite des Rauchsaugers verkabelt und mit einem speziellen, hochtemperaturbeständigen Keramikfaserkabel vor Wärmequellen geschützt sind. Der Rauchsauger von JAMI – Zuverlässigkeit zu Hause Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017